mit da ist fürchterlich das ist fürchterlich Blue Nein, right away oh man ey, wo sind die alle hier stellen eine Bruderschaft ach, wir können hier hingehen genau zeigen sie mal mal ihr Angebot äh, sechs Patronen also gut kann ich gut gebrauchen äh 28, naja es ist nicht unbedingt die Welt, aber was soll's Verdrängerfaust brauche ich nicht, ehrlich gesagt oh man 120 Maschinenpistole, jawoll weg damit die Achterkugel bringt mir eh kein Glück äh, Baseball wo hab ich denn her Billiardkühl, Buttermesser, Eieruhr sag mal Flammerf Flammbrennstoff Flammenwerfer Hülsen hinfocht mit dir Hülse Jet Junkfood Kartoffelchips brauche ich nicht Laserpistole Lederkartoffel Lederrüstung verstärkt 213 Mauerwurstrettenfleisch brauche ich nicht Metallrüstung boah, ist das viel teuer 143 286 Rebound Rider Steppenrüstung Schachtelkippen schmutziges Wasser Scotch haben wir noch ein bisschen was haben wir noch Strahlenschutzanzug naja Söldneroutfit Daddybären zwei Stück ich wollte sie eigentlich nicht verkaufen aber naja verstrahltes Wasser was Rad plus 14 Hochkriegsfreizeitkleidung will ich eigentlich nicht verkaufen aber die Bücher kann ich dir geben nicht doch nein ich will das nicht verkaufen Vorschlag haben wir für 16 haben wir noch ein bisschen was übrig den Schachtelhut kannst du haben von mir sieh mir einer an Plasmagewehr nein sind wir drüber ach manno Wissenschaft plus 10 Heilpulver danke danke da geht's doch äh kann ich irgendwie helfen wenn sie es unbedingt wissen wollen bei unserer Inventur diese Woche fehlte eine Waffe eine Laserpistole scheint weg zu sein Hardin reißt mir den Kopf ab wenn ich diese Waffe nicht bald finde und viel länger kann ich den Bericht nicht hinaus zögern ich könnte mich nach der Pistole umsehen wenn sie sie finden bringen sie sie sofort hierher dann kann ich ihnen ein paar zusätzliche Vorräte zukommen lassen fehlende Laserpistole wenn jetzt mache ich mich schon auf den Weg nach fehlenden Laserpistolen ja sowas aber auch ey komm mit sowas also ehrlich jetzt ist die Frage wo muss ich hin ach scheiße ich habe vergessen zu speichern naja hoffen wir mal dass er jetzt nicht abkackt in dem Moment wo der weiße was eine verschwundene Laserpistole so nur nix sollte ich den für den Schießstand verantwortlichen Paladin fragen ob er sich vielleicht erinnert wo er sie zuletzt benutzt hat scheiße wer ist denn das nein ich habe es geahnt ey er ist gerade abgekackt toll so er hat mich ja gerade wieder rausgeworfen also gut und Puntifrucht hat nachgelassen wollen wir mal hier lang latschen da gelehrte Schuler 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 Bruderschaft wie geht's gelehrte Schuler ganz gut danke der Nachfrage Veronika ja sehr kühles kaltes Gespräch hören wir vorbei genau du alte Ziege gibst dich auch noch war nicht hier noch haben wir hier nicht noch einen Auftrag nee lass mal gut sein oder Paladin willkommen auf der Schießbahn suchen sie sich eine freie Bahn aus ich darf die Schießbahn äh Schießstand benutzen klar der Älteste hat Ihnen Erlaubnis erteilt leider müssen Sie Waffen und Munition selbst mitbringen mhm ich muss mich auf den Weg machen tschüss warte mal ganz kurz wenn das der Knecht ist wird er wegen der Laserwaffe schauen wir mal hallo wollen Sie ein paar Kronkorken loswerden kann ich Ihnen irgendwie helfen Angebot unsere Patrouillen schleppen immer mehr Kram an schauen Sie ihn sich mal an aber natürlich AER 14 Prototyp weißt du soll ich den verkaufen ja verkaufe ich Absinthe ne brauche ich nicht Achterkugel brauche ich nicht den ganzen Schrott brauche ich nicht den muss ich jetzt alles wieder verkaufen Energiezelle weg damit Flammenbrennstoff Flammenwerfer mhm sind wir etwas drüber Heilpulver ich get Informatik in Team Wissenschaft plus 10 brauche ich nicht Nein den wollte ich ja nicht verkaufen Lederkürtel Laserpistole Lederrüstung verstärkt Gewicht 15 Kilo weg damit Metallrüstung schwer 30 Kilo Laserpistole 21 mal gucken was Wert hat und nicht so viel wiegt 8,5 Kilo 5 Kilo naja Steppenrüstung Scott Sherryfood 1 Kilo Gewicht Splittergranaten 2,5 Kilo 4 Kilo Strahlenschutzanzug Feldoutfit 8 Kilo Daddybären World Overall 1 Kilo Verstrahltes Wasser 3 Kilo Wert 15 Vorkriegskleidung 2 Kilo Frühlingskleidung Vorkriegsbuch Vorkriegsgeld Vorschlaghammer mhm Zuckerbomben Wert 5 Gewicht 1 Weg mit Splittergranaten Rebound Gewicht Keins 40 Was? Wert 12 Schade Plasmagewehr Nuka-Cola-Truck Den hab ich auch Mikrofusionszelle mhm 14,3 Kilo B B B B Das wüns man Sonst ne? Hm Schön Aufbereitetes Wasser geb ich nicht her Magnum 10 mm Maschinenpisode geb ich nicht her Flammenwerfer hab ich noch Leere Spritze Mal gucken was die noch so hat Bevor ich jetzt endgültig sag Jawoll Die Patronen nehm ich mir Ähm Panzerbrechen Patronen Natürlich Sieh mir eine an Was ist denn nur noch so alles dabei? Hahaha Nein Nicht doch Ne Rüstung verstärkt Mark 2 Ne Ich liebe meine Klamotten Die geb ich für nichts auf der Welt her Oh Maulwurst Rentenfleisch brauch ich net Da lieg ich mir drüber Machen wir so Dann haben wir noch Äh Hoppala 25 Mikrofusionszelle 25 Ich kann's ja wieder zurückkaufen wenn ich will Oder woanders kaufen Das Batscher Danke Kann ich irgendwie helfen? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen Bei unserer Inventur diese Woche fehlte eine Waffe Eine Laserpistole scheint weg zu sein Hardin reißt mir den Kopf ab wenn ich diese Waffe nicht bald finde und viel länger kann ich den Bericht nicht hinaus zögern Ich könnte mich nach der Pistole umsehen Wenn Sie sie finden bringen Sie sie sofort hierher Dann kann ich Ihnen ein paar zusätzliche Vorräte zukommen lassen Ja das hatten wir ja vorhin schon nochmal Hoppala Walsche Daste Gut dann frage ich mal ihn hier Willkommen auf der Schießbahn Suchen Sie sich eine freie Bahn aus Wissen Sie etwas über eine Waffe die verschwunden ist? Torres muss verzweifelt sein wenn sie hierbei Hilfe annimmt Ich erzähle Ihnen was ich ihr erzählt habe Meinen Aufzeichnungen zufolge wurde sie zuletzt an Anwärter Stanton ausgegeben und einen Tag später wieder zurückgebracht Okay Tschüss Also Stanton suchen und ausquetschen wie eine Zitrone Na ja Ich hoffe dass es jetzt nicht abkackt Ja Sonstiges Fehlende Laserpistole Eht? Äh 60 von 210 Die Arzt Die Maschinenpistole kriegst du jetzt erst einmal von mir Den Flammenwerfer Äh den Kautaback behalte ich Die Mikrofusionszellen kriegst du rüber Nuka Cola kannst du haben Die Splittergranaten brauche ich im Moment nicht Sanse Sasparilla Hoppala Jucurbananfrucht 8039 haben wir schon Wieder Aufbereitetes Wasser nehme ich einmal Hoppala Wir haben nicht mehr viel aufbereitetes Wasser Äh ja Munition hat er ja noch Ich weiß Lokale Karte Nein Wird nicht angezeigt Guck mal da unten ist einer Nicht abhauen Da bleiben Sterben Sie waren doch draußen Jagt uns die RNK wirklich immer noch? Weiß ich nicht Aber hier ist ein Computer Darf ich nicht mehr nutzen Beziehungsweise war glaube ich die Tasse Die ich nicht lauen durfte Ich hab da jetzt noch so genau hingeguckt Schulterlicht hier Was haben wir denn hier? Niemand Finden sie Die Nadel im Heuhaufen Da ist noch eine Tür Äh Ja 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 Jetzt hänge ich hier wieder rum Und suche irgendwelche Leute Wie heißt der nochmal? Äh Ich hab den Namen vergessen Stanton Glaube ich war's Auch nicht schlecht Hier ist Hallo Außenseiter Die Prinzipien der Fusion sind relativ einfach Unser frühere ältester Elijah war besessen von neuer Technologie Das war auch der Grund warum wir überhaupt bei Helios waren Wann ist endlich Schluss mit diesen Nachtmissionen? Weiß ich nicht Wenn's da wird Stanton Ja? Kann ich irgendwie helfen? Äh Sie hatten die verschwundene Laserpistole als letztes Richtig? Oh Mann Ich sagte Watkins doch, dass das nicht klappen würde Wissen Sie Watkins und ich hatten uns mal rausgeschlichen Sie sagte, das wäre eine Trainingsübung Sie sagte, sie hätte von Leuten der Patrouille von einer Schlucht voller Skorpione im Südosten gehört Die wir untersuchen sollten Da waren tatsächlich Skorpione Wir benutzten sie für Zielübungen, aber plötzlich fielen die verdammten Bieste über uns her Also nahmen wir die Beine in die Hand Und in dem Durcheinander habe ich meine Pistole verloren Watkins drängt mich zwar sie zu suchen, aber nix da Aber sie können nach draußen, oder? Sie könnten die Pistole zu Taurus zurückbringen und die ganze Sache für mich klären Warum steht denn in den Aufzeichnungen, dass die Waffe wieder abgegeben wurde? Oh, ich habe die Aufzeichnungen nach unserer Rückkehr leicht überarbeitet Das war auch eine Idee von Watkins Dieses Mädchen macht nur Ärger Wenigstens wurde ich noch nicht ausgestoßen Oder, was schlimmer wäre, dem Latrinendienst zugeteilt Aber das kommt noch, wenn Sie nicht helfen Kann ich Ihnen auch einfach eine andere Laserpistole bringen? Nein, zu den Waffenprotokollen gehört auch eine Überprüfung der Seriennummer